Wissenschaftliche Taschenrechner Die meisten modernen Taschenrechner können Zahlen automatisch in wissenschaftlicher Notation darstellen. Bei sehr großen Zahlen oder sehr kleinen Dezimalbrüchen ist dies meist ohnehin nicht anders möglich. Der Begriff wissenschaftliche Notation wird allerdings nicht ganz einheitlich verwendet, sondern sehr oft auch einfach, besonders im Englischen, synonym zur traditionellen wissenschaftlichen Notation, also zur Exponentialdarstellung. Benutzt Auf Taschenrechnern wird die technische Notation meist mit Eng bezeichnet. Wenn keine hochgestellten Ziffern zur Verfügung stehen, wird die folgende Schreibweise genutzt. Aus 1.1018 wird ein C18. Die Zahl 3200 zum Beispiel kann somit auch 3,2 E3 notiert werden. Präzision im SI- und Engformat Manchmal wurde sowohl den SI-Größenordnungen als auch dem Ingenieurformat vorgeworfen. Zweifel an der Präzision der ermittelten Werte aufkommen zu lassen. In der Tat gibt die Exponentialdarstellung auf sehr einfache und klare Weise die Präzision der Ergebnisse wieder. Nämlich durch die Anzahl der nachstelligen Ziffern, beispielsweise bedeuten die Ergebnisse 5E-4 m, 5,0E-4 m und 5,00E-4 m eben nicht das gleiche. Diese drei verschiedenen Ergebnisse müssten aber sowohl im SI- als auch im Engformat unterschiedslos auf 500 µm bzw. 500E-6 m reduziert werden. Dieses scheinbare Manko des SI- und Engformates kann aufgehoben werden, in dem die Ergebnisse als Dezimalbrüche der übergeordneten Größenordnung angegeben werden, im obigen Beispiel also jeweils als 0,5 mm, 0,50 mm und 0,500 mm Bzw Punkt als 0,5 E-3 m, 0,50 E-3 m und 0,500 E-3 m. Die Angabe der Präzision ist wiederhergestellt. Dieses Vorgehen ist ohnehin nur bei auf nicht mehr als zwei Dezimalstellen ermittelbaren Ergebnissen erforderlich. Ein in der Wissenschaft eher seltener Fall, Größenordnungen der technischen Notation.